Also, wir waren sehr dreckig und wir mussten die Sachen waschen. Also, alle unsere Sachen sind weg. Aber sie hat nur eine sehr dünne Strichjache gehabt. Und sie hat den ganzen Firmenkühl gepfagt, nach einer Strichjache. Und jeder hat gesagt, nein, ich habe keinen. Oder ja, ja, das gebe ich dir später. Ja, das gebe ich dir später. Genau. Und das hat sie gefragt und dann auf einmal gab jemand Erich eine Strichjache. Er musste gar nicht nachfragen. Er hat schon eine Jacke an und er hat gesagt, ey, Alter, du brauchst noch eine Jacke, die ist bestimmt kalt. Weil das war nur so eine Oberjacke. Genau. Also nicht so eine warme Pulli. Und dann hat er ihm eine Pulli geholt und der arme Albu hat das auch gesehen und du fandest das ungerecht, oder? Ja, total unrechtlich und unhofflich. Weil wenn mir kalt ist, warum besorgt niemand eine Jacke für mich, wenn ich schon hundertmal nachgefragt habe. Ich weiß nicht. Ja, und dann hat sie zu der Erich gesagt, du bist schuld, weil ich keine Jacke gekriegt habe und du hast eine Jacke gekriegt. Obwohl das unfair war. Wenn er nicht wäre, hätte er nach einer Jacke für mich gefragt. Aber das hat er bestimmt nicht gewusst, dass du sehr kalt warst. Doch, das hatten alle gewusst. Ja. 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 Ja.